Vier neue Kleidungsstücke. Ja, sehr geil. Ja, das braucht erstmal eine Limo. Ja, schon. Klick. Tolle Antwort. Was? Eigentlich ist das Internet nicht so schnell. Da sind die Fotze wieder dabei. Warum nimmst du sie nochmal mit? Warum nicht? Alle vom Letzten. Eben. Weil er uns einfach hin geht. Ich bin im Passiv jetzt. Er kann mich nicht mehr töten danach. Toll. Stimmt. Ich bin ja auch in den Passiv gegangen. Ja. Tja. Oh ja, Jascha. Das heißt also, Jascha stirbt am Ende. Das ist rausverfall. Ich mach mal mit Jascha was hier. Ja, wir sind alle im gleichen Müllauto. Nur die abholer müssen permanent aussteigen. Ich fahr. Ich fahr. Ich fahr. Ich bin wirklich wieder nur nebendran und langweilig. Nö, du musst Gegner abschießen. Kevin. Lass mich mein Outfit auswählen, ja? Müll. Nein, ich bin Sammler. Das ist Karma. Halt. Ich fahr mit. Escher, was machst du? Ich reich. Escher. Lass ihn in Ruhe. Escher, lass ihn in Ruhe. Kannst du nach dem Raubüberfall machen? Nein. Doch. Oh-oh. 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 Pass auf, die Schießen. Lass ihn hin, da gibt's wahrscheinlich mit Raffe zu ziehen. Nö. ich war vorsichtig, wir hängen nur hinten ran ich war immer vorsichtig normal Trash Collection, BAM und fällt erstmal schildern oh dieser harte C der war nur ein vollidiot, oder? wenn Yasha mit so einer Müllstelle fährt, haben wir es weniger weit zu flippen volle SAU hey, mich fallen lassen, da reinwerfen jetzt das war ich nicht nein Kratzer war vorher schon drin das war schön von hinten den Mittelfinger auspacken warum machen wir Frauen eigentlich die Arbeit? tja ja ich dachte, der hält an nein, du kannst doch nicht rückwärts in die Gasse fahren du bist gut reicht jetzt nicht mehr reicht, 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 reicht jetzt können wir halt niemanden mehr beschützen doch, schön doch, weil die kommen zum Großherr von vorne nimmst du jetzt mal in den Kackmüllsack nö die kommen von hinten und da komme ich nicht hin ist egal, wir haben es komm der Idiot mal guck mal Alter, ich werde hier abgeschossen ich treff nix BEWEG DEIN SCHEISSER ARSCH du bist da hinten normal? außerdem muss der Typ doch noch statt zu gib das außerdem schießt du auf mich ja das sage ich ja zu dem Typ ich hab doch grad Voice-Chat angemacht ach schon wenn das funktioniert hat versuche immer so gut wie es geht zu schützen ich hab dem es ja auch schon mal gemacht vielleicht auch, deswegen wusste ich ja dass wenn du so reinfährst und wir schnell genug sind einfach nix passiert weil du geradeaus wieder voraus musst ja, Navi wie viele Stops müssen wir noch reinlegen einige den da und nach dem anderen ich glaube zwei oder? zwei oder drei weiß ich jetzt gar nicht ey, du musst erst jetzt den Punkt äh und dann einfach wieder rückwärts in die Gasse hier ne? ja, reicht ich könnte natürlich auch aussteigen aber nö äh, die erwisch ich nicht die jetzt auf euch zukommt die Berge der hat keine Eier, man jetzt wird's interessant ey, Asha ja, ich komm doch nicht hin Asha du musst weiter nach vorne, wir können nicht einladen wir können nicht einladen ich steck vorne eh, everybody das war dezent knapp vollidiot was ist was klettert denn der idiot da rum statt einzusteigen du bist gestorben ja natürlich geklettert ist weil wir nicht los konnten wollen wir neu starten ist schon beschlossen warum ist er raus ich war zu spät dran ist egal geht er jetzt trotzdem von vorne los kugel reindrücken und gutes nein dann haben wir wieder versagt würde ich fast in kauf das war voll drüberschmeißen der typ kann alles aus erfahren warte da hinten kommt noch einer scheiß doch drauf nein da wird mir noch gefährlich ich stehe da hinten doch egal ich bin echt toll hey mein Auto ich mach mich selbst nicht nur noch zurück Okay, unsere erste Collection ist auf 4-Up-Drive. Staschen-Molenspäschen und Trashpacks. Pick' sie auf, wie die normalen Trash-Collection-Runde. Dieses Mal lassen wir ihn ein paar eiskalt zurückwerfen. Scheiße, ich hab keine Panzerungen mehr. Haben die gekauft? Wie viel brauchst du denn davon? Ich hab... Egal. Ich bin gerade angeschossen worden und wollte gucken, ob ich noch eine Panzerung habe. Wo muss ich hin? Da hinten, ja. Gut, reicht. Danke. Ich bin Stufe 62. Wow, durch Müll sammeln. Ja. Was hab ich da vorne? Die Hucke vorne drin und knallt vielleicht mal irgendeinen ab. Wer fallert da schon wieder rum? Ich und die Uschi. Und Kevin. Nee, das ist ein Vettelaner. Gut, was war dran. Ich kann was. Oh Gott. Was war das denn, bitte? Ein Profifahrer. Ich glaub, ich sollte aussteigen. Warum? Alter! Es ist schwer zu treffen, wenn du einen Burnout machst. Oh, crap. Burn to you already. I don't know what's wrong, but you gotta deal with this guy. Ich sehe nichts. Fahr. Du bist Ruhefahrer. Hey, du hast so doof geparkt. Der wird so geparkt, dass ich alles abschließen kann, was mir gegeben kommt. Ja, mit ner Fleergang. Der ist in Ruhe. Oh. Was? Was? Auto? Alter. Lassst du dich da krass von einem Auto wegschieben? Ja, was kann ich denn dafür in der Spülscheiße? Oh Gott, du hast mein Herz Sinn. Oh Gott. So. Mach dir das mal schön. Leute, wir haben ein Zeitlimit, das wisst ihr. Ja. Cool. Zeitlimit macht mir keine Angst. Das ist locker. Was mir Angst macht, ist dieser Trottel, der einfach nicht schnell genug aufsteigen kann, nur damit er Filz macht. Ja, schau, das ist jetzt gerade umgünstig. Ich treff nichts mehr. Ja, in der Asche fällt mich beinahe um. Links. Das ist neiner. Ich seh nichts. Hier ist ein Spiegel im Deck. Weiter. Weiter. Hinter uns die Gegner. Das weiß ich, der macht das schon. Wow. So nur noch einmal sammeln. Falls der Truck bis dahin überlebt. Der Truck hält schon noch aus. Das Problem sind die zwei Dinger da hinten drauf. Aua. Bip, bip. Panzerung. Verdammt, ich hab keine Packerung mehr. Willkommen im Club. Snacks. Oh, ich hab noch Snacks. Für mein Full-Life. Was muss ich denn? Mach ich dann als erstes. Panzerung kaufen. Meine Besten Brems. Was.